Ich, dieses Bündel aus Reflexen und einem gut erzogenen Willen. Ich ernährt vom Abfall aus Geschichte, Abfällen von Trieb und Instinkt. Ich mit einem Fuß in der Wildnis und dem anderen auf der Hauptstraße der ewigen Zivilisation. Ich undurchdringlich, aus allen Materialien gemischt, verfilzt, unlöslich. Die Angaben zur Person sind immer das, was mit der Person am wenigsten zu tun hat. Statt Biografie, Beschreibung eines garstigen Prozesses. Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze. Ich glaube, dass das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Die Jugendjahre sind, ohne dass ein Schriftsteller es anfangs weiß, sein wirkliches Kapital, nur, dass man erst in späteren Jahren überhaupt zu begreifen anfängt, was man mit dem ersten Blick gesehen hat, den man vielleicht niemals oder nur manchmal wieder geschenkt bekommt. Der erste Blick und der erste Schmerz. Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so entsetzliches, dass mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt. Durch einen zu frühen Schmerz, wie ich ihn in dieser Stärke vielleicht später überhaupt nie mehr hatte. Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld. Die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort und kam voller Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze zwischen Ost und West. Später ist vieles so gekommen, wie man es kaum zu wünschen wagt. Einige hatten Worte zur Verfügung, die sie wie Leuchtkäfer in die anbrechende Nacht schickten und über die Grenzen. Auch ihre Worte, ihre Gedichte gelangen über die Grenzen. Die Gruppe 47 lädt die 26-Jährige zu einer Lesung ein. Ihr lakonischer Bericht. Nie waren Leute wunderlicher als diese Gruppe 47, die sich am nächsten Tag reihenweise, aber nicht sehr ordentlich in einen Saal setzte. Der deutsche Schriftsteller setzte sich auf einen Stuhl vorne und einer begann zu lesen. Da trat endlich Ruhe ein. Am dritten Tag lasse ich ein paar Gedichte vor. Vor Aufregung am Erstecken. Ein freundlicher Schriftsteller las sie nochmals laut und deutlich vor. Für mich sind ihre Gedichte gänzlich an ihre eigene Stimme gebunden. Auch wenn ich heute diese Gedichte lese, dann hängen sie ab von der Stimme von Ingeborg Bachmann. Denn sie hatte gleichzeitig eine hohe Stimme und eine tiefe Stimme, aber diese hohe Stimme, diese tiefe Stimme vereinten sich nie zu einer Mittellage. Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmelich brennt das Licht der Lubinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Ingeborg Bachmann lebt schon in Italien, als ihr erster Gedichtband, die gestundete Zeit, erscheint. Angesichts des unaussprechlichen Kollektivverbrechens im Faschismus gilt es, eine neue Sprache zu finden. Ihre Lyrik trifft den Nerv der Nachkriegsgeneration, die enttäuscht ist von ihren Vätern. Keinem deutschen Autor wird in den 50er Jahren so viel Aufmerksamkeit zuteil wie Ingeborg Bachmann. Die Kritiker feiern den neuen Stern am Poetenhimmel. Ihre Themen? Das sind Tod, Mord, Angst, Liebe. Die Beziehungslosigkeit und das nur scheinbare Verständnis füreinander. Ingeborg Bachmann war eine Zweiflerin an der Wahrheit, an der Sprache, am Menschen. Diese Person mit ihren vielen Allüren, ihrer ungeheuren grandiosen Kokettheit, ihrem Versuch, die Weiblichkeit als eine Machtanspruchvolle auf die Welt auszuspielen, diese Person hatte Humor. Das ist bei ihrem auch wieder absoluten Ernst etwas Erstaunliches. Sie konnte glühend erzählen, sie hat einen Callas-Auftritt in Mailand erlebt, von dieser Frau, von ihrer Bühnenpräsenz, aber ich habe dann später gemerkt, es ging nicht um Gesang, es ging nicht um Kunst, es ging um dieses Leben als Schauspieler. Es war eine Frau, die mit ihrer Kunst das ganze Leben beglänzen konnte, die ihr Innerstes nach außen warf, die ihr ganzes Leben zu einer Kunstfigur machte. Ein Diven-Dasein. Und ich glaube, im Innersten schwebte der Ingeborg vor, auch eine solche Diva der Dichtkunst zu sein, eine Dusa, eine Callas der Dichtkunst. Der Klirr mir Liebe, Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind, dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan, dein Herz hat anderswo zu tun, dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein, das Zittergras im Land nimmt überhand, Sternblumen bläst der Sommer an und aus, von Flocken blind erhebst du dein Gesicht, du lachst und weinst und gehst an dir zugrund, was soll dir noch geschehen? Erklär mir Liebe. Wir haben jahrelang zusammengelebt und hatten eine sehr schöne Zeit, die ich niemals vergessen werde, die schönste Zeit meines Lebens vielleicht. Sie schrieb damals Gedichte, jeden Tag arbeitete sie an ihren Gedichten, ich komponierte und wir lebten ein wunderbares, schönes, reines Leben. Dann ist die Zeit weitergegangen und sie hat eines Tages in Paris einen anderen Mann kennengelernt und hat mich verlassen für etwas sehr viel Konkreteres und Anstrengenderes als mich, Max Frisch. Was uns zusammengeführt hat, war meine Bewunderung für ihr Werk, also das Werk ihres Anfangs, nämlich die gestunderte Zeit, die Anrufung des großen Bären. Dann haben wir vier Jahre zusammen gelebt, zuerst in Zürich, dann in Rom. In dieser Zeit sind erschienen die Erzählungen das dreißigste Jahr. Also vier Jahre und das ist natürlich keine Episode, das ist nicht eine Anekdote. Über Anekdoten kann man reden, es wird mir sehr schwer fallen, darüber zu reden. Und zwar einfach so eine Frage der Distanz. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Distanz zu ihr oder eine unendlich große. Rom, Wahlheimat, Exil, Distanz. Zugegeben, dass ich nicht mehr weiß, warum ich hier lebe, denn ich schreibe ja über Wien. Zugegeben, ich habe hier erlernt, mit den anderen auszukommen. Aber ich gebe auch zu, wenn die Tür zufällt zu dem Zimmer, in dem ich arbeite, dann gibt es keinen Zweifel. Denken ist solitär. Allein sein ist eine gute Sache. Was ich in Rom sah und hörte, ich sah auf dem Campo Fiori, dass Giordano Bruno noch immer verbrannt wird. Jeden Sonnenabend, wenn der Gestank von Fisch, Klo und verfaultem Obst auf dem Platz verebbt, tragen die Männer den Abfall vor seinen Augen zusammen und zünden den Haufen an. Wieder steigt Rauch auf, die Flammen drehen sich in der Luft. Auf dem Bahnhof Termini sah ich, dass in Rom die Abschiede leichter genommen werden als anderswo. Denn die Fortfahren lassen denen, die bleiben, einen Gepäckschein auf Sehnsucht zurück. Exil. Ein Toter bin ich, der wandelt, gemeldet, nirgends mehr, unbekannt im Reich des Präfekten, überzählig in den goldenen Städten, und im grünenden Land. Abgetan, lange schon und mit nichts bedacht, nur mit Wind, mit Zeit und mit Klang, der ich unter Menschen nicht leben kann. Inge Bockbachmann schreibt einen Roman, Erzählungen, Hörspiele, Libretti für Opern, Essays. aber seit Mitte der 60er Jahre keine Gedichte mehr. Für mich war das ganz und gar klar, dass das früh aufhören wird, dass es ein früher Zustand ist, ein sehr reiner und sehr absoluter Zustand. Und vor diesem berüchtigten 30. Jahr habe ich aufgehört zu schreiben. Und es gibt auch ein paar Nachzügelein, einige wenige Gedichte, die ich zufällig für meine Besten halte, aber das spielt keine Rolle mehr. Ich werde nie mehr Gedichte schreiben. Wenn sie stolz und demütig sagte, das kann ich nur in Gedichte schreiben, solche Gedichte, das könnte ich weiter stricken wie alle und jede zwei, drei Jahre ein Band veröffentlichen, das mache ich nicht. Es kam mir dann eben nur noch dieses Dutzend nach. Und das sind wirklich, ich glaube, hier kann man den kühnen und etwas pathetischen Begriff wagen, notwendige Gedichte. Das heißt, ihr Lebensproblem, und ich spreche jetzt in dieser historischen und unmenschlichen Perspektive, war, wie kann ich als Dichterin, die ich gewesen bin, überleben? Wie kann ich mit meinem Ruhm, obwohl dieses Wichtigste geleistet ist, mit meinem Ruhm überstehen? Es fällt mir nichts mehr ein zu den Menschen, die mich umgeben. Ich vergesse schon die Namen, die Größe, die Fragen. Schreibt sie nach neunjährigem Schweigen in ihrem Roman Marlina, der 1972 erscheint. Und wenn man das Ganze überhaupt eine Autobiografie hinein könnte, dann ist es sicher kein in diesem herkömmlichen Sinn, weil ja keine Geschichte erzählt wird, weder von dieser Frau noch von diesem Mann noch von ihrem Doppelgänger. Wenn man so will, ist das ein geistiger Prozess. Marlina ist der erste Teil des Zyklus Todesarten, der unvollendet bleibt. Ein Roman über den Konflikt zwischen Verstand und Gefühl, Produktivität und Selbstzerstörung, über das Kranksein an dieser Zeit. Was meint man eigentlich damit die ganze Gesellschaft beschreiben? Die Bewusstseinslage in einer Zeit. Das heißt doch nicht, dass man die Sätze nachspricht, diese Gesellschaft spricht, sondern sie muss sich anders zeigen. Und sie muss sich radikal anders zeigen, denn sonst würde man nie wissen, was unsere Zeit war. Und die Krankheit, die Folter darin, die Krankheit der Welt und die Krankheit dieser Person ist die Krankheit unserer Zeit für mich. Und wenn man das nicht so sehen kann, dann ist mein Buch verfehlt. Aber wenn es doch darin zu sehen ist, dann vielleicht nicht. Das Feuer, ihre Todesart, zu oft beschworen, um nicht wahr zu werden. Und wenn ich befeuert bin in der Nacht und ich schlage die Funken aus mir. Ingeborg Bachmann stirbt am 17. Oktober 1973 an den Folgen von Verbrennungen. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie ist nicht anwendbar auf mich. Ich bin die vollkommene Vergeudung, ekstatisch und unfähig, einen vernünftigen Gebrauch von der Welt zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Tage Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld. Die Auszeichnung Der armselige Stern Der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. An die Sonne Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schönerem berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet, am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Auge ziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier, du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand von Schatten gepeitscht fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wieder sehe. Nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein, nichts Schöneres als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt und unten die Fische im Schwarm gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht und den Umkreis zu sehen, das Gefiert eines Fels, das Tausendeck meines Lands und das Kleid, das du angetan hast und dein Kleid glockig und blau. Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen, Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl, blauer Zufall am Horizont und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt, drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prallt und in mir ihren Narren sucht, sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. Mein Vogel, was auch geschieht, die verheerte Welt sinkt in die Dämmerung zurück, einen Schlaftrunk halten ihr die Wälder bereit und vom Turm, den der Wächter verließ, blicken ruhig und steht die Augen der Eule herab. Was auch geschieht, du weißt deine Zeit, mein Vogel, nimmst deinen Schleier und fliegst durch den Nebel zu mir, wie Eugen im Dunstkreis, den das Gelichter bewohnt. Du folgst meinem Wink, stürzt hinaus und wirbelst Gefieder und Fell, mein eisgrauer Schultergenoss, meine Waffe mit jener Feder besteckt, meine einzigen Waffe, mein einziger Schmuck, Schleier und Feder von dir. Wenn auch im Nadeltanz und am Baum die Haut mir brennt und der hüfthohe Strauch mich mit würzigen Blättern versucht, wenn meine Locke züngelt, sich wiegt und nach Feuchte verzehrt, stürzt mir der Sterne Schutt doch genau auf das Haar. Wenn ich vom Rauch behelmt wieder weiß, was geschieht, mein Vogel, mein Beistand des Nachts, wenn ich befeuert bin in der Nacht, knistert's im dunklen Bestand und ich schlage den Funken aus mir. Wenn ich befeuert bleib, wie ich bin und vom Feuer geliebt, bis das Harz aus den Stämmen tritt, auf die Wunden träufelt und warm die Erde verspinnt und wenn du mein Herz auch ausraubst des Nachts, mein Vogel, auf Glauben, und mein Vogel, auf Treu rückt jene Warte ins Licht, die du besänftigt in herrlicher Ruhe erfliegst, was auch geschieht. Exil ein Toter bin ich, der wandelt, gemeldet, nirgends mehr, unbekannt im Reich des Präfekten, überzählig in den goldenen Städten und im grünenden Land, abgetan lange schon und mit nichts bedacht, nur mit Wind, mit Zeit und mit Klang, der ich unter Menschen nicht leben kann. Ich, mit der deutschen Sprache, dieser Wolke um mich, die ich halte, als Haus, treibe durch alle Sprachen, O, wie sie sich verfinstert, die dunklen, die Regentöne, nur die wenigen fallen. In hellere Zonen trägt dann sie den Toten hinauf. Ein Literaturkritiker hat sich vor kurzem die Mühe gemacht, die Häufigkeit der in ihren Gedichten verwendeten Worte auszuzählen. Es sind Nacht, Licht, Augen, außerdem Wind, Land, Sonne, Himmel, Meer, also auch Standardworte der konventionellen Naturlyrik. Wollen sie Natur in ihren Gedichten wiedergeben? Nein, gewiss will ich das nicht. Die Natur oder was man im Zusammenhang mit Lyrik und der Natur versteht, interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ich zu den Gräser, Bewisperern gehöre. Ich glaube, das ist ein Wort von Ben. Ich kann kaum drei Blumensorten auseinanderhalten. In ihren Gedichten ist eine immer wieder auftauchende Ähnlichkeit einzelner lyrischer Bilder mit Else Lasker-Schüler und Georg Trakel festzustellen. Fühlen Sie sich diesen Vorbildern besonders verpflichtet? Es sind nicht meine Vorbilder, aber die Vorbilder, die einem von Kritikern vorgehalten werden, das sind nicht nur Else Lasker-Schüler, nicht nur Trakel, sondern noch 40 andere. Mit Trakel ist es vielleicht etwas anderes. Ich meine weniger, dass er ein Vorbild für mich ist, aber dass er aus dem Sprachklima kommt, das sicher auch das meine ist, dass Österreich ist in einem sehr weiten Sinn. Ihr literarischer Ruf gründet sich vor allem auf die beiden Lyrikbände, die gestundete Zeit und die Anrufung des großen Bären, die 1953 und 1956 erschienen sind. Seither haben sie zwei Hörspiele und einen Band Erzählungen veröffentlicht. Es scheint, dass trotz des Lobs der Kritiker für diese Erzählungen ihre eigentliche Begabung nicht in der Prosa, sondern in der Lyrik liegt. Worin die eigentliche Begabung eines Autors liegt, darüber kann man so früh wohl nicht sprechen. Ich habe jedenfalls schon seit Jahren keine Gedichte mehr geschrieben, schreibe keine, werde auch keine schreiben. Auf die Gefahr hin, die Kritiker und die Leser zu enttäuschen. Alle Arbeiten, die ich jetzt begonnen habe, sind Prosa-Arbeiten und ich denke, dass das nächste Buch ein Roman sein wird. Die Erzählung Undine geht, wird Ihnen oft als Selbstbekenntnis ausgelegt. Ist das richtig? Sie ist meinetwegen ein Selbstbekenntnis, nur glaube ich, dass es darüber schon genug Missverständnisse gibt, denn die Leser und auch die Hörer identifizieren ja sofort mit einem Ich. Die Erzählung ist ja in der Ich-Form geschrieben, dieses Ich mit dem Autor. Das ist keineswegs so. Die Undine ist keine Frau, auch kein Lebewesen, sondern, um es mit Büchner zu sagen, die Kunst, ach, die Kunst. Und der Autor, in dem Fall ich, ist auf der anderen Seite zu suchen, als unter denen, die Hans genannt werden. Die, die Hans heißen, sind alle jene, die befangen sind in der Welt und ihren Redensarten, Zwecken und Nützlichkeiten. Die Auseinandersetzung mit dieser Welt und die ständige Flucht vor ihr prägen das Werk Ingeborg Bachmanns. In ihren Erzählungen, die nach Sprachrhythmus und Satzbau der Lyrik nahestehen, beschwört sie, wie in ihren Gedichten, immer wieder die Fragwürdigkeit der Zeit, die nicht verfügbar, sondern zugemessen und nur gestundet ist. Die große Fracht des Sommers ist verladen, das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Die große Fracht des Sommers ist verladen. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit und auf die Lippen der Gallionsfiguren tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken. Doch offenen Augs wirst du im Licht ertrinken, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Ich schreit. 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 Ich schreit. Vielen Dank.